Der Herr sagt, wacht auf, wo ist die Gottesfurcht unter euch? Nicht einer zittert, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 8. Dezember 2009 Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für die Kirchen der Menschen und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr, euer Gott, zu all jenen, die in den Kirchen der Menschen verweilen. Meine Kinder, hört auf mit euren bösen Wegen. Kehrt um von all dieser Gotteslästerung, die ihr in meinem Namen aufrechterhalten habt. Und bereut. Berichtigt eure Schritte und hört auf mit all diesen Irrlehren, die ihr vor meinem Angesicht verbreitet habt und kehrt zu mir zurück. Wacht auf, meine schlafenden Kinder, und blast die Trompete. Seht, ich habe euch siebenmal zugerufen, dass ihr aufwachen sollt. Denn die Zeit ist wirklich gekommen und der Tag ist sehr nahe, wo ich meine Herde einsammeln und meine Lämmer wegstehlen werde. Wo ich von Haus zu Haus und von Tempel zu Tempel gehen werde, um zu sehen, ob ich dort wohne oder nicht. Denn viele sind gerufen, aber wenige sind erwähnt. Denn nur jene, die für würdig befunden werden, zu entkommen, werden von diesem Ort gegangen sein. Und nur jene, die völlig erwacht sind in dem Messias, werden an jenem Tag vor dem Menschensohn stehen. Der Rest wird zurückgelassen, um das Tal zu durchwandern. Ein Tal voll dicker Wolken, Dunkelheit, Tränen und schwerer Sorgen. Geliebte, ich sehe schon jetzt die Tränen, die in bitterer Reue über eure Wangen fliessen werden. Schon jetzt fühle ich die schweren Sorgen, die eure Herzen an jenem Tag zerreissen werden. Ich sehe euch vor Angst zittern, suchend und doch nicht findend, sehend und doch blind bleibend, hörend und doch lehnt ihr abzuhören, essend und trinkend und doch niemals zufrieden, einsam und hoffnungslos. Geliebte, wie kommt es, dass ich viele unter euch finde, die sagen, sie kennen mich und meinen Willen und sich dann doch weigern, in meinen Wegen zu wandeln? Wurde meine Erlösung nicht bekannt gemacht? Sind meine Wege nicht offenbart und meine Gebote nicht deutlich geschrieben? Sind die Zeichen meines Kommens nicht klar zu sehen, sogar vor den Augen dieser bösen Generation? Und doch höre ich kein Rufen von den Dächern, nur Wind. So sind die Worte dieser Menschen in den Kirchen der Menschen. Wind, eine vorübergehende Brise, die nicht einmal die kleinsten Zweige bewegen kann. O ignorante und eigensinnige Kinder, die ihr Wissen ablehnt und Korrektur zurückweist, hört das Wort des Herrn, ihr wohnt in Königshäusern, und ich habe die Throne gesehen, auf denen ihr in eurem Stolz sitzt und wir andere ohne Grund richtet. Wehe euch, wehe euch, sagt der Herr. Wehe allen selbsternannten Königen, die so hoch und erhaben auf ihrem Thron sitzen, und wehe allen arroganten Prinzen und Männern in Autorität. Denn ihr werdet auf keinen Fall entkommen, wenn die Macht des Herrn vom Himmel aus offenbar wird. Wenn der Arm des Allmächtigen ausgestreckt wird gegen jeden Stamm, jede Sprache, jedes Volk und jede Nation. Wenn die Gegenwart des Gottes von Israel in den Herzen aller Menschen Angst auslöst. Schnelles Unheil, plötzliche Zerstörung, grosse Trübsal für alle Nationen. Deshalb sage ich zu all jenen, die in den Kirchen der Menschen verweilen, hört das Wort des Herrn. Eure Häuser werden euch trostlos überlassen, und sie werden am Tag des Unheils niedergerissen werden. Und weil ihr Wissen abgelehnt und euch selbst über die Korrektur gestellt habt, indem ihr die Stimme des Herrn eures Gottes missachtet und meine Propheten verfolgt habt, die ich selbst zu euch gesandt habe, werdet ihr zu Ausgestossenen werden in eurem eigenen Land. Schaut, ihr werdet zu einem Landstreicher werden, der durch die Strassen wandert. Ein Bettler in grosser Not, der wehklagend aus dem Becher seiner eigenen Tränen trinkt. Der Klang davon wird durch die Strassen der Hartherzigen getragen und kaum beachtet werden. Niemand wird anhalten und eine helfende Hand anbieten. Denn der Tag kommt schnell, an dem ihr meinen Namen laut aussprechen werdet in eurer Klage und mit all euren Werken prahlen werdet, die ihr dreisterweise in meinem Namen getan habt. Doch an jenem Tag werde ich mein Gesicht von euch abwenden und zu euch sagen, ich kannte euch nie. Denn ihr seid alles ungerechte Arbeiter, Menschen, die Gesetzlosigkeit akzeptieren im Namen der Gnade. Doch ich sage euch, ihr habt meinen Namen beschmutzt. In eurer Arroganz habt ihr viele dazu gebracht, sich von mir abzuwenden und wegen all euren vertretenen Lehren und verunreinigten Traditionen habt ihr meine Kinder in die Rebellion gegen den Herrn geführt. Ja, sogar durch diese abscheuliche Lehre, die ich verabscheue, dieser Ort der ewigen Qual, der euch durch den Mund der Hure überliefert wurde, habt ihr sie dazu veranlasst, meinen Namen auf höchster Ebene zu lästern. Doch ihr akzeptiert es wohlwollend, seht, ihr geniesst es und übereinstimmend mit eurer Bosheit und mit herzenvoller Urteile haltet ihr es aufrecht in eurem Zorn und in eurer stillen Empörung habt ihr heimlich Freude daran. Entweihung, die unter euren Generationen ihresgleichen sucht. Denn mit all euren abscheulichen Lehren habt ihr euch selbst an meine Stelle und auf meinen Thron gesetzt. Und ihr zögert keinen Augenblick, noch habt ihr inne gehalten, um eure Wege zu überdenken. Denn ihr behaltet Gott nicht in euren Gedanken, noch ist er heilige, Teil eurer heiligen Versammlungen. Denn ihr habt nicht aufgehört, jene unter euch dazu zu veranlassen, eine verunreinigte Anbetung darzubringen in meinem Namen, während ihr weiterhin den Schmutz der Heiden auf sie häuft. Ihr habt auch keinen Finger gerührt, um den Schmutz der Heiden, mit welchem ihr sie berieselt habt, von ihren Gesichtern zu wischen. Noch habt ihr eure Zunge von euren Lästerungen zurückgehalten, durch welche all diese Unreinheit in ihre Ohren gelangt ist. Deshalb sagt der Herr, euer Gott, den ihr nicht gekannt habt. Ihr hättet mein Beispiel sein sollen. Doch jenes Bild, in welchem ihr mich nachgebaut habt, bin ich nicht. Und deshalb seid ihr nicht mehr mein Volk. Ihr seid euer eigenes. Ihr seid euch selbst überlassen. Ihr seid dem Schmutz all eurer Unzucht überlassen. Ihr seid all den weltlichen Begierden überlassen, denen ihr ständig nachjagt, da ihr diese Welt mehr geliebt habt als mich. Deshalb erkläre ich euch, dass eure Schuld bleibt und eure Sünden ungedeckt sind. Geliebte, was wird aus dieser Welt werden? Nichts, nur Staub und Asche wird übrig bleiben. Denn ich werde die Königreiche der Menschen zerstören. Ich werde alles niederreissen, was sie aufgebaut haben, bis jedes letzte Überbleibsel menschlicher Erfindungen beseitigt ist. Mit ewigem Feuer wird es verbrannt werden und in der Hitze meiner Vergeltung werde ich ein komplettes Ende bereiten. Denn das Feuer des Herrn kann nicht ausgelöscht werden. Und so werde ich die ganze Oberfläche der ganzen Erde reinigen. Ich werde nicht verschonen, sagt der Herr in seinem Zorn. Schaut, sogar die Wasser werden in den Flammen meines heissen Zorns verzehrt werden und die Felsen werden in der glühenden Hitze schmelzen. Denn ich werde eure Städte völlig zerstören, ihr Söhne der Menschen und all eure hohen Türme zum Einsturz bringen und jede von Menschen erbaute Zufluchtstädte auseinanderbrechen. Ja, jeder Tempel, der mit Abscheulichkeiten angefüllt ist, wird niedergerissen werden. Jeder Tempel, jede Religion wird in Stücke gebrochen werden. Schaut, nicht eine Kirche oder Synagoge wird stehen bleiben, obwohl Menschen sich bemüht haben, meinen Namen dort zu platzieren. Mein Name ist nicht dort, denn meine Gegenwart ist weit entfernt. Noch habe ich dort gewohnt, sagt der Herr, der Gott von Israel. Denn ich bin der Herr, ein grosser und mächtiger König, der Heilige von Israel. Und ich wohne in keinem von Menschenhand erbauten Haus, ich wohne in den Herzen der Menschen. Denn ich bin Gott, und es gibt einen einzigen Erlöser, und er wird von Tempel zu Tempel gehen und sie gründlich durchsuchen, um zu sehen, ob sein Geist dort wohnt, um zu sehen, ob sein Name dort geschrieben steht oder nicht. Schaut, er wird auf die Tafeln ihrer Herzen blicken und nach meinen Geboten suchen, die ich den Kindern Israels gegeben habe und deren Adoptierte ihr hättet werden sollen. Ein Olivenbaum mit vielen Zweigen, wunderbar austreibend und viele Früchte hervorbringend, in dem Geliebten, genau wie die Kinder Israels auch hätten wachsen sollen, damit sie viele süße Trauben aus dem Weinstock hätten produzieren können, welcher zu ihnen gesandt und für sie aufgegeben wurde. Doch was sehe ich? Grosse Bitterkeit, sauren Wein, ein entsetzliches Reiern aus dem Mund meiner eigenen Kinder. Weil ihr also wie eine wilde und widerspenstige Rebe geworden seid, die auf einem Feld zwischen vielen Dornen und Gestrüpp steht, werde ich Hagelkörner, vermischt mit Feuer und Blut, über euch kommen lassen, um euch zu läutern und zu brechen, und einen brütend heissen Wind, um euch zu reinigen. Schaut, er wird rasch hervorkommen und vorbeiziehen und die Flammen zu einem tobenden Feuer anfachen, bis alles Gestrüpp und alle Dornen völlig verzehrt sind. Und du, abscheuliche Rebe, wirst gereinigt und samt deinen Wurzeln herausgezogen und an deinen Ort gepflanzt werden. Umgepflanzt zu meinen Füssen in meinen Weinberg, wo du neu austreiben, schnell wachsen und viele Früchte hervorbringen wirst in einer einzigen Jahreszeit, bald abgeschnitten, sterbend und in den Himmel hochgehoben. Denn ich bin der Herr, und meine Ernte wird zur rechten Zeit eingebracht werden, zu der Zeit, die ich bestimmt habe, zum Ruhm meines Namens. Deshalb sagt der Herr zu all jenen, die noch in den Kirchen der Menschen verweilen, kommt heraus aus ihnen und seid abgesondert, entfernt euch schnell. Hört auf, Ehebruch zu begehen mit fremden Männern, die verführende Lippen und süße Stimmen haben, und wendet euch auch ab von all euren Ehebrüchen mit der Hure. Trinkt nie mehr aus dem Becher ihrer Unzucht, sonst erleidet ihr das gleiche Schicksal, das sich bald erfüllen wird. Denn ihre Wege sind gegen mich, und die Lehren der entfremdeten Männer haben nichts mit mir zu tun. Auch all ihre Traditionen entehren mich. Deshalb, wer in ihnen bleibt, hat kein Teil an mir, und wer weitermacht, in ihren Sünden zu schwelgen, wird in die Dunkelheit geworfen werden, wo Heulen und Zähne klappern sein wird. Kirchen der Menschen, wo ist die Gottesfurcht unter euch? Nicht einer zittert? Euer Wissen ist nutzlos und euer Verständnis verdorben. Was habt ihr mit dem Wort der Wahrheit gemacht? Sucht deshalb nach reinem Verständnis und umarmt die reine Weisheit, die in mir und von mir kommt und die nur in dem Heiligen empfangen werden kann. Er ist eure einzige Erlösung und euer einziger Ausweg. Geliebte, krönt ihn zum König. Nein, nicht auf der Bühne oder durch eitle Lehren. Ringt mit eurem Gott in seinem Namen, damit er in euren Herzen regieren möge. Wacht auf, meine Kinder, wacht auf aus diesem tiefen Schlummer. Es ist Zeit. Seht, ich habe euch siebenmal zugerufen, dass ihr aufwachen sollt. Ja, sogar zehnmal wird es durch meine Propheten gesprochen werden. Und doch könnt ihr es nicht erkennen. Noch seid ihr aufgewacht aus eurem Schlummer, denn euer Schlaf ist tief und eure Augenlider bleiben schwer. Aus diesem Grund wird es euch für jeden Ruf, den ihr nicht beachtet, indem ihr eure Ohren verstopft und mich ablehnt und meine Stimme ignoriert und unfreundlich gegen diese Trompete sprecht, zur Läuterung angerechnet werden. Ja, ihr werdet euer Leben behalten, obwohl es in der Welt von euch gefordert wird. Ihr werdet es sicher behalten. Ihr werdet entkommen, aber wie eines, das durch das Feuer entkommt. Dann werdet ihr wissen, dass ich der Herr bin, denn ich bin er, der die Demütigen erhöht und die Bescheidenen hochhebt. Er, der die Hochmütigen demütigt und die Stolzen erniedrigt. Der einzig wahre Gott. Und in der Gegenwart eures Hirten werdet ihr für immer bleiben und mich in Geist und Wahrheit anbieten, auch im Königreich meiner Freude, welches kein Ende hat. Denn in ihm werdet ihr geläutert und durch sein vergossenes Blut werdet ihr weiss gemacht. Denn in ihm wohnt die Fülle Gottes und durch ihn allein wird die Verheissung erfüllt, genauso wie ich es selbst gesprochen hatte und wie es geschrieben steht. Denn ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein für immer. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!